Keine Ahnung wie man es wieder rausgekriegt hätte. Was ist das, Peter? Die reichen auch nicht. Wie ist das, Peter? Da haben wir vier Blöcke. Ist hier vielleicht noch irgendwo Holz mit runtergekommen. Ich könnte aber vergessen hier, so zahlreich zu wachsen, Mann, lieben. Ich könnte abhangen. Walnüsse, was? Nicht wahr, Mann. Wir haben hier Walnussbäume. Wie geil ist das denn bitte? Wieso habe ich keine Walnüsse bekommen? Was? Ich habe doch hier gerade Walnüsse geerntet, oder? Habe ich einen Schlaganfall? Ähm. Scheinbar nicht. Aber dieser Baum hier hat Walnüsse. Ich werde einen Teufel tun, den zu fällen. Ich musste wegen Walnüssen richtig hardcore verhandeln mit den Dorfbewohnern. Ich habe dafür haufenweise Bahnzeug hergestellt, damit ich, wie er durch diesen Marketplace, den es da gibt, die Walnuss-Dinger kaufen konnte. Und damit ich dann Walnussöl machen konnte, oder generell Speiseöl, hat voll den Film für geschont. Hier wächst einfach ein Walnussbaum vor unserem Haus. Einfach so. Das ist enorm geil. Hier brauchen wir, sagt man, ne? Hier da rein. Die. Jawohl. Dann gleich mal wieder puttern. Das ist gar nicht was, was wir die Tür machen wollen. So. Ist noch schon mal was. Aber natürlich noch Raumtrennung und alles drum und dran. Ja. Ist jetzt natürlich erstmal nur ein Kasten. So wie das Saul die nächste halt baut. Und die nächste baut immer Kästen. So war es ja schon in Ark. Vor vor Ark, wenn ich dann die neue Grake habe und ich sie dann auch haue. Was noch ein paar Monate dauern wird. Aber nur meinen Hinterkopf behalten. Werd ich wahrscheinlich auch nochmal ein Ark Let's Play raushauen. Auch wenn Ark jetzt halt auch schon nicht mehr up to date ist, quasi. Nicht mehr wirklich gehypt wird. Aber meiner Meinung nach immer noch das beste Early-Asses-Spiel, was hier mal rauskam. So. Ähm. Aber Mann, ich wollte jetzt schon Weinlussbäume machen. Kommen wir jetzt natürlich noch nicht zu. Ja. Der kann da auch rein. Okay. Die Lacken haben wir, ne? Knack, knack. So. Wir wollten auch noch, bevor wir das vergessen, eine Schere machen. Nicht heißt, dass wir jetzt getroffen haben, die sie jetzt brauchen würden. Aber haben ist schon nice. So. Das Dach wird natürlich dann ein ziemlicher Spaß. Weißen wir es, wenn wir schon mal mit Erde das Gerüst dann vorbauen. Weiß zumindest, dass wir ein Gerüst bauen müssen. Wir können vorne und hinten dann überstehen. Von der Seite natürlich. Ja. Wir brauchen hier aber viel Erde. Sonne gerade runter. Ja. Machen wir es gleich. Aber ich werde jetzt demnächst ausmachen. Ich bin echt ortsmäßig müde. Wir haben es mittlerweile 20 vor 3. I'm really tired. Yes. Ja, da mitnehmen. Boah, er hatte Piz... Pizgiv? Hm? Das ist klar. Das ist ja quasi schon mal so eine Treppe hochbauen. Affiniert, nicht wahr? Ich hätte auch genauso gut einfach ein paar Leitern machen können. Apropos Leitern, die brauchen wir auch wieder, wenn wir weiter ins Loch gehen. Nicht in die. Da. Machen wir nämlich so. Okay, warte. Das Dach geht logischerweise spitz zu. Das heißt... Ne, ist verkehrt. Hier fängt es natürlich schon an, dass da ein Block draufkommt. Ja, dann muss das hochkommen natürlich auch wieder so viel Sinn. Was? Also was? Auch geil. Nein. Weck mich am Arsch. Wir müssen etwas reinmachen in die Tür. aber Safe Call kein Holz wobei, doch, 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 warte mal doch, doch, doch doch oh, 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 so ein Aster passt auch so eine schöne Musik das Spiel war natürlich auch ziemlich nice mein Aim war es nur nicht die, die im Stream dabei waren, wissen das mein Aim war sehr, sehr anstrengend, nicht nur für euch doch, doch passt und Obsidian wir haben nur noch kein Obsidian das ist schön, wir wissen, dass da Walnüsse wachsen können wir uns bald die eigenen Walnussbäume machen das ist enorm geil feier ich doch ein bisschen so ähm 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 hier wird dann jeweils einer draufgesetzt, aber auch hier ich weiß, ich muss auch hier noch zwei nach vorne gehen das genauso wie hier hinten zwei nach hinten und hier geht's dann noch weiter runter das können wir aber im Nachhinein dann machen geht's erstmal nur darum hoch zu kommen hier drauf da muss hier oben einer sein also quasi so aber auch bis hier reicht zwei denn sehen wir dann das ist halt wirklich eher so ein Spiel ich hatte das bevor ich selber durchgespielt hab selber schon als vollständiges let's play gesehen beim sarazar äh dabei jetzt nichts gegen sarazar aber ich gucke halt nicht unbedingt let's play es von ihm da hat ja jeder so seinen Geschmack was er guckt aber sein the last of us let's play fand ich echt äh ich schnieke hat mich hier fallen schauen wir mal ob wir das Haus noch damit von außen ein bisschen verzieren können da könnte ich dann wirklich eure Tipps in den in den in den 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 Kommentaren gebrauchen dass man schön das machen könnte um das Haus von außen noch ein bisschen zu verzieren und halt todes unkreativ wenn halt die ants am rumwackeln sind noch mal einen schönen japanischen Baum der sieht sehr hübsch aus da werden wir uns auf jeden Fall auch was von holen um es bei uns zu pflanzen einfach nur weil er hübsch aussieht kann man auch einen japanischen nee das wird nicht gehen ne japanischen weinungsbaum aber das geht nicht ich glaube der Sturz würde schon ein bisschen wehtun ich bin mir fast nicht sicher ob zwei reicht nach vorne und hinten wobei wird schon reichen oder ich bin schon in der Mitte angekommen was sagt er was ich zahlbar mache ich dasselbe jetzt mal auf der seite hier hier kommt dann hin ja und auch noch außen muss gar keins soo 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 ich glaube wir waren doch schon über die Hälfte oder? ich weiß es nicht aber jetzt mal eben testen das ganze müssen wir natürlich auch noch weiter in die richtung machen das ist ja gerade wirklich äh jetzt ein testen auf der selben Höhe ist das glaube ich nicht gut oder? geometrie-technisch nicht so geil glaube ich brauche ich noch ein bisschen Erde ich würde das Gerüst gerne fertig bauen ouch dann müssen wir schon mal wie viel Holz wir brauchen werden für das Dach ne oder halt Stein nachdem machen was machen wir denn? jetzt was machen wir denn mal ein Dach? ja das Dach war auf jeden Fall aus Koppelstohn am jetzigen ich weiß es wirklich nicht vielleicht ein dunkles Holz müssen wir den Baum halt komplett fällen im dunklen es wird wahrscheinlich auch dann noch nicht annähernd reichen leider ich weiß es nicht jungs ich weiß es nicht ich werde mich immer kaputt man brauch dich gerade ganz dringend liebe Schaufel ich denke wenn wir uns auch gleich müssen warte hier haben wir noch Grünzeug dahinter ähm aha haben wir Fleisch gefunden was würde ich machen? ja brauchen Dingsbums komm das ist jetzt auch wurscht komm machen wir Dagger dann haben wir uns mal M2 ach komm jetzt so 3 wir haben da ja noch Eis und Erdsch das können wir mal rein schmeißen ach 930 sogar so rein da so mal ein Anfang schon mal ein bisschen Eisen zu haben ist nicht verkehrt ne ich glaube morgen wenn ich dann auch mal anfangen Thumbnails zu machen dann die erste Folge zu uploaden auf YouTube und mit mir ja denn ich bin auch auf mit mir jetzt werd da auch die Videos hochladen dann überlegen ob ich sie auch auf Twitch hochladen soll Twitch hat man ja auch die Möglichkeit auch mittlerweile mit Thumbnails ne ich hab halt auch bei allen drei seiten hochladen ich werde schon auf YouTube mal sehen bisschen durch Herr Brünerstein das getting dark made eieieieiei das wird noch Spaß ich sag's euch wollte ich nicht eigentlich schlafen gehen Wollte ich schlafen gehen trink mal kurz ein Stückchen äh so da hab ich gerade kurzzeitig mal aus achta hallo da hab ich gerade mal aus Versehen die Aufnahme gestoppt Aufnahme läuft aber wieder hoffe ich steht da zumindest ich hab gerade aus Versehen einmal Streaming begonnen wollte ich natürlich gar nicht einfach mal so 3 Uhr nachts anfangen zu streamen aber mal und so ist es halt wenn man mit OBS aufnimmt nicht sooo muss man schon mal eben sammeln jetzt tue ich hier warum tue ich das oh es klingt so als würde das ein schönes Lied werden ja wird es war nicht schön war nicht schön und dann haben wir wieder so einen großen weißen Baum natürlich ist bei uns im Weg nicht irgendwas so ein kleiner Eichenholz Baum nein es ist ein Cypressenholz ein Cypressil Baum naja muss wir mal machen was du wer war jetzt hier denn Nussbaum bist du auch ein Nussbaum an Sia bist du ein Nussbaum du bist ein Nussbaum dir tue ich nichts die s sind b Untertitelung des ZDF, 2020